Musik Hallo bei meinem ersten Let's Play von Left 4 Dead 2 Nein Spaß, fangen wir sofort an, hier ist der Pole Let's Play So, machen wir ein kleines Marathonplay, sondern wir spielen alle Spiele, alle Optionen, alles was es hier gibt Weil Let's Play von Left 4 Dead, alle Maps, einmal, einmal durch Wir spielen erstmal auf, normal, wenn ich die Spiele hochstellen soll, alle, oh Gott Wenn ich den Schwierigkeitsgrad hochstellen soll, sagt es einfach Bescheid, mache ich auf jeden Fall Wir machen erstmal Spiellobby erstellen, genau Und ich suche mir den Charakter Nick aus, warum, also es gibt vier Charaktere, Nick, Rochelle, Coach und Alice Rochelle nehme ich nicht, weil sie, keine Ahnung, er Mädchen ist und ich, kein Manns-Vibe Ähm, oder Weibes Mann, eher gesagt Und Coach nehme ich nicht, weil er mir einfach zu fett ist und ich könnte damit gar nicht abhauen Alice würde ich nehmen, aber ich spiele doch immer lieber mit Nick Ähm, ich warte auch jetzt auf keine Spieler, glaube ich, weil es mir sonst zu lange dauern würde Und wir sehen uns dann in-game So, willkommen in-game Warum die jetzt nicht kommen, ist mir, okay, Captain, äh, okay, gehen wir einfach mal alleine So, zack Oh, so, fangen wir gleich mal an, ein paar Köpfe hier abzuhacken So, ähm Wie man erkennen kann, habe ich die unzensierte Version Ich mag die unzensierte Version lieber, weil Es spritzt viel mehr Blut, es macht viel mehr Spaß, es spritzt so viel Blut Oh, nein Ähm, also es spritzt schon viel Blut, manchmal auch übertrieben Bei der zensierten Version, da spritzt echt nur so So, so, da spritzt so viel Blut, wirklich Einen feuchten Arsch spritzt da Nicht, dass ich jetzt irgendwie, ja, ich brauche Blut, ich liebe Blut und so Aber ich finde es immer schon besser, wenn zu viel Blut da ist, als wenn gar kein Blut da ist Das ist jetzt, ähm, wie gesagt Ich werde einen, ähm, Marathon machen über Left 4 Dead Das heißt, ähm, wir spielen einmal alle Kampagnen durch Ähm, danach mache ich wahrscheinlich Resident Evil Ähm, Let's Play, und zwar Resident Evil 5 Ähm, genau, Resident Evil 5 Und nach Resident Evil kommen dann eben die Klassiker, so Tomb Raider Ähm, was gibt's da noch? Ähm, über GTA San Andreas werde ich auch was, äh, Let's Play machen Weil ich vorhabe auf, ähm, SAMP, also San Andreas Multiplayer, einen Server aufzumachen Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gern mit mir spielen Okay, das war der Arm Ein feuchter Arsch kommt hier, Alter, kannst du mich zu Ende umbringen? PAK So Kopf ab Arm ab Ey, ihr könnt auch gar nicht helfen, ihr Wichser, Mann So Natürlich hab ich der Ausländer, der stolze Ausländer, wie der meine Kumpel beschützt, da sieht man schon Farek Das hab ich mal toll gemacht Ja Ja, ich brenne, ich brenne, na klar Werfen wir mal Kotze vor Warten, bis sie dort alle hinrennen und dann renne ich selber hin Ich will auch Kotze, lass mir was übrig Meins Alles meins, meins Oh, scheiße Na, ja, jetzt hab ich genug Kotze Ja Jetzt hab ich wortwörtlich genug Kotze Okay, Captain L ist tot, aber warum das denn? Hä, wie ist denn der verreckt? Was hat der gemacht? Hey Ja, der ist ganz stimmt runtergesprungen vom Hotel Ja, cool, ist ja fast wie Bungee Jumping hier, spring mal auch gleich runter So Verreck Wichser Der eine ist schon vorbereitet Überlebende retten Wo denn? Hier? Bam Ähm, tot Okay, laufen wir mal schnell, weil der eine ist ja schon Ach, der ist noch oben, der ist gar nicht bei uns Ich dachte Ah, ich muss da nach unten laufen, stimmt ja Der soll mal deinen Arsch hier runterbewegen, was macht der da? Oh Mann, ey, der soll ich mal beeilen Arm ab. Ich liebe die Grafik von Left 4 Dead und Resident Evil auch. Das ist so genial gemacht. Die Macher von Left 4 Dead und Resident Evil, wenn die sich zusammensetzen würden, dann würde auf jeden Fall ein geiles Spiel herauskommen. Welches Spiel ich noch empfehle, ist auf jeden Fall Dead Island. Aber ob ich darüber ein Let's Play mache, muss ich überlegen, denn das Spiel dauert echt lange zu spielen. Ich hab selber, saß ich dran boah, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht lügen oder so, aber echt zu lange saß ich da dran. So. Where the hell are you? Achso, wo seid ihr alle? Ja, wie schreibe ich nochmal? Mann, jetzt geht scheiß Werbung auf. Mit U? Mit I? Mit R lade ich nach? Q? Y? Ah, I'm here. Hey, ist diese Rochelle behindert? Jakku come here, you motherfucker. Ja, toll, jetzt ist es Rochelle. Ja, man sieht, die schlechten Spieler gehen dann immer raus, wenn es ihnen zu gefährlich wird. Hä, da kommen die angerannt. Egal, sollen die da verbrennen, die Wichser. Verschmort in der Hölle. So wie eure Eltern. Ey! Macht es noch einmal, Alter. Macht es noch einmal, macht es noch einmal. Bitte. Wichser. Ey, ist dein Ernst? Ja, laufs durch Feuer. Komm, lauf durch Feuer durch. Mach ich auch immer so. So, jetzt bitte alle hier rein. Jetzt wird erstmal vorgestellt, wer wer ist. Rochelle, beeil dich. Okay, drück den Knopf und los geht's. So, jetzt hören wir mal zu. Wo ist eine Zombie-Apokalypse? Scheiße, scheiße. Scheiße, was machen wir jetzt? Ruhig, Blut, Kleiner. Wir packen ja schon. Wie heißt du? Ich bin Alice, dicker. Ich heiß Alice. Ich bin Rochelle, ich bin schwarz, dicker. Hey, yo, Mann. Wie geil. Hier hat jemand echt Dampf abgelassen. Hey, ich bin der Pole. Ich bin Ausländer. Okay, los geht's. Lange Rede, kurzer Sennen. Los, mach die Scheißdürf. Ich quetsch mich nicht durch. Ich bin zu fett. Okay. Jetzt habt... Oh, meine Buma-Kotze. Verreckt. Ja, zum Glück hat sie das gemacht. Ich schwör's euch. Jetzt geht's ab. So. Ne... Hrennt in meine Kittensäge rein. Na, ne... Ah! Ja. Danke. Mehr als Hälfte Leben weg. Toll, ey. Ne, geil. Könnte schlimmer sein. Könnte auch richtig Arschweg sein. Tot. Was ist denn das hier? Achso, Smoker. Oh, meine Buma-Kotze. Eigentlich würden wir hier drin verrecken. Wir würden eine richtige Vergiftung bekommen. Da ist gerade ein Zombie mir entgegengesprungen. Nein. Zack, 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 zack. Verreckt. Ey, die sind so behindert. Ja, rennt in meine Kettensäge rein. Renn rein, rennt rein. Ah. Ja, okay. So. Okay, erste Runde ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ja, man sieht sich in der nächsten Runde. So, da sind wir auch schon wieder. Okay, vorgerannt sind sie nicht. Nehmen wir uns erstmal unsere schönen Waffen. Da ist, wie es aussieht, kein Katana für mich gibt. Oder eine Axt oder sonst irgendwas. Muss ich jetzt mit diesen behinderten Doppelwaffe... Oh, Ninja. No, Ninja-Schwert. Egal, eine Axt. Ja, meins. Verreckt, verreckt, Alter. Ich schneide euch alles ab. Vom Fuß bis zum Kopf. Äh, der hier chillt am meisten. Eingepennt, Dicker. Eingepennt. War schlechte Nacht heute, war? Naja, glaub ich dir. Oh, ich hör schon einen Dings, der Boomer. Komm her, mein Kumpel. Hä, der hat mir gehört. Locker. Locker, der hat mir gehört, Alter. Locker. Ja, ich würde jetzt dumm sein und da reinrennen und die umbringen. Ja, toll. Hat sich voll gelohnt, diese scheiß Rohrbombe. So, ich werde nicht geschnappt. So, hier gibt's immer eine Pumpkin. Oh, sogar nicht. Der hält ja am meisten aus. Hä? Der hatte eine Kotze... Na, toll, Alter. Hat er mir geklaut wieder. Obwohl ich hier der Pole bin, was soll das? Äh, verstehe ich gar nicht. Mit dem rede ich nochmal später. So, hier mach ich auf und ein Tank ist drin. Oh, doch nicht. Hm. Kam mir nur so vor. Hä, warum hältst du so viel aus? Verreckt mal schneller, Alter. Boah, hat der Dampf abgelassen. So, nehmen wir die Waffe. Hier ist nix drin, machen wir wieder zu. Ja. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Da, 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 da. Tot. Okay, jetzt brenne ich selber. In die Ecke. Los, los, ich will weiter. Ja, egal, jetzt brenne ich, jetzt kann ich schon mal vorlaufen. Hat er gerade gesagt, nicht auf die Zombies schießen? Okay. Ich soll sie nur angucken, oder was? Nur gucken, nicht anfassen. So, direkt weiter mit wie viel spiel ich denn jetzt überhaupt nur noch mit einem Tohsomen, ja. Okay. Ich wusste doch, dass mein Kumpel auch kommt, noch. Dachte ich mir doch. Tot ist er. Was ist denn das hier für ne apokalyptische Megascheißer? Das ist ein mutierter Bastard, Alter, der zu viel Anabolika genommen hat. Er hat sich das gespritzt wie ein Hurensohn. Egal, weiter geht's. Ich würde ihn ja eine Spritze andrehen. Dem da, dem Alice. Aber weil ich die auch noch später gebrauchen kann, nämlich die selber schleudernde Kotzbombe. Mann, das wollte ich machen. Ja, ja, wirf dein. Oh, ich schwörde, meine, meine, meine. Die gehören alle meinen. So. Oh, es gibt verschiedene Arten von Zombies. Das kotzt mich an. Einmal die normalen und einmal die im Anzug. Die können Feuer überleben. Die da. Genau die da. Genau die hier. Oh, ich meinte ich. Und irgendwo ist ein Boomer. Was ja unlogisch bei Life for Red ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Army auch gestorben ist. Also es sind immer so Autos von der Army da oder ein Panzer. Oder auch in Filmen ist das immer so unlogisch, dass es ein Panzer, wo die Army mal drin war, dass dort Zombies entstanden sind. Ey, so ein Zombie kommt in so einen scheiß Panzer gar nicht rein, ne? So. Und war scheiße gelabert. Weiter geht's. So, jetzt ein paar Köpfe abhangen. Okay, das war der Arm. Ja, ich hab nicht getroffen. Ich will aber die Spritze. Wer hat mich angeschossen, ihr Wichse? So. Nimm mal jetzt die Waffe. Oh, ein Katana. Ein Katana, kein Ninja. Schwert, was mit dir, alter behinderte Scheiße. Verreck. Verreck. Mann, jetzt hab ich doch wieder die Shotgun. Nein, und jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Mano. Okay. Ja, ich wusste, dass ich den gehört habe, Alter. Die ist aber auch voll, aber hatte ich mit ihren Hängetippen, ey. Oh, die liegt gerade perfekt. Hier, können wir uns mal angucken. Mmh, lecker. Giraffenhals und so. Hier, oh. Wow. Ja, ey. Kommen die auch alle aus der Ecke gesprungen? Hinterrückfotz, ey. Wie das eine Zombie weggeflogen ist. Geil, geil. Zack. Tot. Zack. Zack. Mein Tisch. Kopf. Ja, ja, ne. Ninja-Schwert, obwohl es Katana hat. Okay. Oben sollte jetzt kein Tank mehr kommen. Dein Tank hat noch schon. So, jetzt endlich bestes Szenen der Waffenladen, Alter. Das ist, wie soll ich erklären, das ist heilig, das ist perfekt, das ist, guck, guck, genau. Spielzeug, Spielzeug für Erwachsene, das ist einfach heilig hier. Oh Gott, ey. Wär's so dumm, ey, bei Left 4 Dead. Ich würd hier bleiben, ich würd hier übernachten, ich würd mir hier ein Lager, der Laden. Sieht echt geil aus. Das ist echt mies gemacht. AK, alles, ey, alles. Aber nehmen wir mal hier die Pumpgun. Ich nimm jetzt die Pumpgun, weil ich schon weiß, dass es eine Apokalypse gleich geben wird. Das heißt, dass ganz schön viele Zombies gleich kommen werden. Und darauf hab ich keinen Bock. Immer schön Tür zu machen. Okay, ich hab alles. Kann man die Tür auch schließen? Ja. Mann, beeil dich jetzt, beeil dich. So. Was mal ja behindert ist, also der hat sich ein Lager dort auf dem Dach gemacht. Der spaßt. Der hat jetzt was von uns will. Hat aber vergessen. Hat aber vergessen. Warum stehen die jetzt hier rum? Hat aber vergessen, die Cola hier rauszunehmen. Das heißt, wir sind jetzt seine Knechte. Und besorgen ihm seine behinderte Cola, Alter. Wie behindert ist das? So. Ich hab seine Cola. Soll er dran ersticken, der Wichser. So. Weil die ja mal ganz dumm waren. Eigentlich müsste immer einer... Ja. Ja. Wo ist die Cola? Die Cola. So. Sollen die mal da bleiben? Ich laufe schon nach. Aber die Cola... Ja, ja. Okay, das ist ein wenig unrealistisch. Weil eigentlich müsste die Flüssigkeit sich da drin bewegen in der Cola. Und wie man sieht, wenn ich mich bewege, bewegt sich in der Cola gar nichts. Also müsste die Cola schon ziemlich alt sein. Dass es schon hart geworden ist, die Cola. Also richtig abartig. Würd die nicht mehr trinken. Aber soll er dran verrenken, der Wichser. Ja, ja. Meine Cola. Oh. Okay. Gott beschütze euch. Ja. Weil du deine behinderte Cola bekommen hast, Alter. Sagst du so einen Spruch? Wichser. Okay. Laufen wir mal vor. Die sind mir zu lahmarschig. Auch wenn ich einen Jockey höre. Was? Jockey hö... Jockey heißt auf Deutsch Hüpfer. Wie behindert, Alter. Wow. Wow. Mann, geht weg, Alter. Ja. Chill da oben, Alter. Mann. Ey. Ich komm grad gar nicht klar. Wow. Knallt euch nicht ab. Ihr knallt nicht ab. Und warum ist dieser Soge King so behindert, Alter? Ja, sehr glücklich, dass du überlebt hast. Ein Schlag in deine Fresse und du wirst auf dem Boden liegen. Adrenalin. Aber die Pipe an kann ich brauchen. Ach, ich werf die jetzt mal, weil ich Lust drauf hab. Oh, boah, boah. Molotow Cocktail, wo? Perfekt. Stimmt. Lauf, Pole, lauf. Lauf. Ich hab's geschafft. So. So, jetzt glaub ich mir schnell. Ein Mad Kid, schnell heilen, schein. Nein, nein, nein. Ich hoffe, du schaffst es nicht rein. Nein. Ja. Ach, ich hab noch gar nichts geklaut. Ja, okay, eins gehört eigentlich eh mir, also hab ich gar nichts geklaut. Okay, wir sehen uns dann nächste Runde. So, und da geht's auch direkt weiter. Die Zombies warten schon auf uns und wollen uns aufessen. Es ist sogar ein Mad Kid übrig geblieben. Okay, nimm wir, nimm wir, was nimm wir, was nimm wir, was nimm wir. Ich glaub, wir bleiben bei unserer Waffe, nimm einfach nur Ammo. Oder wir nehmen mal, sonst ist es ja langweilig die ganze Zeit mit einer Waffe zu schmieren, wir nehmen mal die AK. So. Bam, bam. Okay, die AK gefällt mir jetzt schon nicht mehr, ich wechsle wieder die Waffe. Bleiben wir bei meiner, die hat wenigstens noch einen Laser. Und Laser ist immer besser. So. Wir sind an einem Behinderteneinkaufszentrum. Die Mission hasse ich, das ist meine Hassmission. Und wirklich. Ich hab dir in Magen geschossen und du lebst noch. Direkter Schuss in Magen und du lebst noch, Alter. Ja. Ja, du bist auch behindert, oder? Komm, ey. Hä? Wie hat er mich bekommen, bitte? Warum helfen die Spaßten mir nicht? Ja, guck noch zu, Alter, so geking. Na ja, egal. Bin ja auch nicht gerade der Beste im Spiel, in ja schon wieder der Auslösung. Immer ich, Alter. Immer der Pole. In den Rücken, Alter, in den Rücken. So. Wenn jetzt ein Zombie als Kellner auftaucht. Nicht schießen, meint gerade Coach. Den verstehe ich nicht. Wenn ein... Ist das jetzt ein Kellnerwitz, oder was? Ein dummer Insider, glaube ich. Egal. So, jetzt schlagen wir mal ein paar Köpfe ab. Zack. Nein. Zack. Zack. So. Wo bist du? Mann. Warum... Warum... Warum rennen die Zombie-Sdehn nicht, Alter, Alter? Und warum ist jetzt ein Ruki hier, Alter? Der gerade mir, Alter. Den habe ich richtig fett an seinem... hässlichen Rücken. Geht weg. Ih, ich habe da mit der Waffe geschlagen. Das ist mir gestorben. Egal. Besser so für mich. Ähm, die Bitch ist da. Und wir müssen... Wo lang müssen wir überhaupt? Durch welche Tür? Ach, da lang. Okay. Da ist so ein Cricket-Schläger, oder wie der Scheiß heißt. Hier haben wir eine Shotgun, die hat 90 Schuss, ne? Ja, okay, nehmen wir jetzt die... Scheiß, ich mal Direct drauf. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh nein, nein. Nein, okay. Geh weg, Fettsack. Schockgedehrter. Ja, okay, er nimmt das Mad-Crit nicht, dachte Tom's um ja. Naja, will das aber dann nicht, dann nehme ich es besser für mich. Mein Kartan, Alter, ist aber nicht hier. Da, Tür schließen am besten. Geht nicht. Okay, woher kommt ihr jetzt? So, jetzt können wir auch weitergehen. War das jetzt die Tür? Nein, wenn wir die Tür öffnen. Das Scheißgefühl, der Alarm bringt uns Freunde. Ja, ja. Der Alarm bringt uns Freunde. Ja, ja. Sehe ich auch so. Und weiter geht's. Ey. Okay. Ey, kannst du deine Waffe nicht benutzen? Okay, weil die Richtung sieht gerade besser aus. Ich nehme einfach mal die hier. Lauf, Pole, Lauf, Lauf, Pole, Lauf. Okay. Dritter Stock. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Okay, das ist jetzt scheiße. Komm her. Wohin geht's? Wohin das Weg ist, mein Freund? Okay, ich seh nix. Ja, kein Wunder, warum ich nix gesehen hab. Eine gute Taktik von den beiden. Der eine macht mich blind und der andere springt mich dann an. Stülp. Stülp. Stülp, 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 Stülp. Stülp. Okay. Tot. Oh, ich liebe die unzensierte Version. Die zensierte Version würde ich mir nie im Leben kaufen. Würde ich mir echt nicht kaufen. Was ja mal ganz geil ist. Also ich kaufe mir ja die Spiele in Polen. Weil erstens sind die alle unzensiert. Und zweitens sind alle billiger. Als... Hey. Den feuchten Arsch hast du abgekriegt. Weiter geht's. Zum Beispiel, ich hab mir GTA 4 gekauft. Und wo GTA 4 noch in Deutschland 40 Euro gekostet hat. Oder 30, weiß ich jetzt nicht mehr. Hab ich es in Polen für 20 gekauft. Ja, ja. Wahre Geschichte, wahre Geschichte. Rohrbombe. Und ein... Mann, das hört sich an wie ein Tank immer. Das hört sich nicht nur an wie ein Tank. Es ist ein Tank. Ja, wirf den Polen ab. Ja, schlag den Polen. Verreck, Alter. In dein Schritt baller ich dir das rein. In dein Schritt. Ja, fall auf mich noch runter. So, dann nehmen wir mal eine Spritze. Und 3, 2, 1... Oh, das war geil. Bam. In sein Kopf. Hä, eigentlich sollte man noch schneller sein als die im Rennen. Lass mich mal vorbei. Ih, man heilt sogar viel schneller. Ey, na okay, man sieht sich in den... Nächsten Level. So, next level und wir spielen weiter. Okay, jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Wir nehmen mal die Waffe jetzt. Sonst wird es ja langweilig, mit der selben Waffe zu schwirren lassen, dass ihr... So, laufen wir weiter. Ich glaube, jetzt klauen wir das Auto. Das gefällt mir am meisten. Denn klauen kann ich auch am besten. Da ist schon mein Schatz. Mein schönes Auto. Okay. Ab in den Fahrstuhl los geht. Beeilt euch. Ich will mein Auto abholen. Ey. Das ist dein Ernst jetzt? In deinem Kopf, Alter. Ey. Ist das dein Ernst grad? Oh, oh man. Ich dachte, ich hab deinen Kopf abgehakt. Ja. Ey, nee. Sowas hasse ich am meisten. So behinderte Spieler. So behinderte Spieler. Ja, fahrt mal los. Okay. Ja, schlagt auf sie ein. Schlagt auf sie ein. Schlagt auf sie ein. Achso, das ist Rochelle. Oh, ich dachte jetzt schon. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, zwölf, dreizehn. Okay, wir brauchen alle Benzinkanister. Okay. So. Sobald die Türen aufgehen, nichts wie raus. Los geht's. Ähm, am besten noch nicht einfüllen, dass wir das Glückste was machen können. Oh man, Alter. Ich spiele auch nur mit Behinderten. So, ich mach das mal jetzt, äh, klüger. Ich hoffe, die, der erfüllt es jetzt nicht direkt rein, sondern wir sammeln erstmal die Behindertenkanister. Ähm, Rochelle geht mit mir, das gefällt mir. Das heißt, ich bin nicht forever alone. Und, äh, sie hilft mir, wenn ich in Ord bin. Ich glaub, jetzt kommen hier erstmal ein paar Zombies doch nicht. Wir brauchen nur noch zehn. Nur noch, ist ja geil gesagt. Sehr schöner Trick, hat mir gefallen. Okay, 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 das sieht nicht gut aus. Okay. Gleich haben wir's. Oder auch nicht. Hey, so behindert. Ich laufe hier ganz alleine rum, aber werde gar nicht angegriffen. Besser so für mich. Aber wie kommen wir nochmal an die beiden da oben ran? Okay. Ähm, ich geh, ja, da runter, ne, da hoch. Ja, ich geh da hoch. Genau. So, ich geh hier hoch. Wie komm ich da rüber? Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Toll, ich hab ne Runde gemacht. Ich dachte, ich kann da, hä? Okay. Oh Gott, Alter, ist ja überall. Inaktiv, 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 nicht gut. Okay, 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 ich stell mich mal kurz hier in die Ecke. Und gib mal Feuerschutz in den Magen. Okay, wir brauchen nur noch die zwei Kanister, aber wie komm ich da hoch? Also der höchste Punkt ist hier, das heißt, nimm diese Treppe. Das hört sich scheiße an. Aber ist ja egal, laufen wir mal weiter. So. So. Hier geht's nicht lang. Aber hier. Wo sind die beiden Bisse? Nee. Nein. Okay. Okay, entweder bin ich tot, oder die sind so klug und... Komm, ich hol ein U, wie schreibt man noch mal, äh, Hilfe. Oh Mann, Alter. Ja Mann, doch Mann. Der war klug. Oh, wie bekommen wir diese... Wie bekommen wir diese behinderten Kanister da, Mann? Ich hab voll vergessen. Ah, ja, stimmt, man muss da so hochlatschen. Hier. Geht weg. Renn zur Kotze. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Boah, ey, der ist der dumm, Alter, der ist der dumm. Ich schwör euch, der ist der dumm. Nur noch ein Kanister. Perfekt, wir haben's geschafft. Okay, wir haben's gemeistert. Wir sind echt ein gutes Team. Danke fürs Zuschauen. Mein erstes Let's Play Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich ist es mein erstes, das heißt, ich werde mich auch verbessern mit den Let's Plays. Und... Wie gesagt, es folgen noch viele andere Let's Plays. Also, ey. Abonnieren lohnt sich. Wir sehen uns dann. Im nächsten Video. Weil ich mach ja das Left 4 Dead Marathon. Okay. Ey. Wir haben's geschafft. Wir haben einen Wagen geklaut. Und fahren damit raus. Ey. Was Besseres geht nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss und danke fürs Zuschauen.